Sie hören Cyberworld 4.0 The Secrets of Yonderwood von Nadine Erdmann. Gelesen von Alexander Küsters. Produziert von der Hörbuchmanufaktur Berlin. Kapitel 1 Noch eine Dreiviertelmeile bis Yonderwood. Zack folgte dem windschiefen Hinweisschild durch den Winterwald und lenkte seinen Wagen hinter Wills von der asphaltierten Straße auf eine schmale Schotterpiste, die ins Nirgendwo zu führen schien. Die kahlen Bäume rückten noch enger zusammen, ganz so, als wollten sie mit ihren knorrigen Ästen nach den Eindringlingen greifen, die sich einen Weg durch ihre Mitte bahnten. Es war fast halb zehn morgens, doch die graue Wolkendecke am Himmel ließ es kaum hell werden. Auf dem Beifahrersitz setzte Jamie sich auf und schaute durch die Windschutzscheibe auf die wenig heimelige Umgebung. Die nehmen es mit dem Einstimmen auf die richtige Atmosphäre ziemlich ernst, was? Wir sind noch gar nicht richtig da und es sieht jetzt schon ganz schön gruselig aus. Stimmt, aber für das Wetter können sie nichts. Vorsichtig wich Zack einer vereisten Pfütze aus und wies auf die imposante weiße Kuppel, die durch das kahle Blätterdach vor ihnen über hundert Meter hoch in den Himmel ragte. Noch nicht. Voller Vorfreude rieb Jamie seine kalten Hände. Ich bin echt gespannt, ob die da drin wirklich ein komplettes Dorf nachgebaut haben, in dem sie alles kontrollieren können. Einiges sicherlich, aber bestimmt nicht alles. Und die wirklich spektakulären Dinge werden sicher nur in der Cyberworld passieren. Ich bin trotzdem gespannt, wie sie die ganzen Übergänge hinkriegen wollen und ob auch wirklich schon alles funktioniert. Ich denke schon. Immerhin wollen sie nächste Woche eröffnen. Unser Durchlauf ist bestimmt die letzte Generalprobe. Da sollte es keine gravierenden Probleme mehr geben. Die Straße machte einen Knick und durch die Bäume war nun ein heruntergekommenes rotes Backsteingebäude zu erkennen. Yonderwood Railway Station prangte auf einem verwitterten Schild über dem Eingang und auf dem Parkplatz vor dem Gebäude standen bereits etliche Fahrzeuge. Zack folgte Will zu zwei leeren Stellplätzen und parkte neben ihm. Da wären wir. Er blickte hinüber zu den anderen Fahrzeugen. Und offensichtlich sind wir nicht die Ersten. Neben ihnen stiegen Will, Ned, Gemma und Charlie aus dem Wagen. Jamie löste seinen Sicherheitsgurt und kramte eine hellblaue Beanie aus der Tasche seines Anoraks. Bis zur offiziellen Einführung ist doch nur noch eine halbe Stunde Zeit. Er zog die Mütze über, schloss umständlich den Reißverschluss seiner Jacke und stellte den Kragen hoch. Zack verfolgte die gesamte Aktion mit hochgezogener Augenbraue. Sagst du mir, was du vorhast? Eine private Polarexpedition, von der ich noch nichts weiß? Es ist kalt. Die Pfütze gerade war gefroren und draußen sind Minusgrade. Jamie deutete auf die Temperaturanzeige am Armaturenbrett. Zack lachte und zog ihm die Mütze über die... Ja, Minus zwei, du Weichei. Und es sind keine 50 Meter bis zum Haus. Was machst du denn, wenn im Spiel metertief Schnee liegt und Minus 20 Grad herrschen? Grummelnd schob Jamie die Mütze zurück und revanchierte sich mit einem Knuff in sechs Rippen. Tut es nicht, wäre viel zu teuer, die Kuppe so extrem runterzukühlen. Geschweige denn, den ganzen Innenraum mit Kunstschnee auszustatten. Außerdem stand in der Spielbeschreibung, dass die Geschichte im Herbst spielt. Na, dann hast du ja noch mehr Glück gehabt. Zack stieg schnell aus, bevor Jamie ihm einen weiteren Knuff verpassen konnte. Die Winterluft war angenehm frisch. Es roch nach Wald und Erde und der gefrorene Boden knirschte unter ihren Füßen. Na, was denkt ihr? Charlie machte eine ausschweifende Armbewegung, die die komplette Umgebung einschloss. Die Szenerie kann man kaum besser hinkriegen, oder? Wir sind noch gar nicht im Spiel und ich hab jetzt schon Gänsehaut. Sie schüttelte sich, grinste dann aber, als ihr Blick an Jamie hängen blieb. Hey, coole Mütze. Ist die neu? Sieht echt süß aus. Süß? Jamie runzelte die Stirn. Ja, süß. Steht dir. Charlie nahm die Reisetasche entgegen, die Nett ihr aus dem Kofferraum reichte. Zweifelnd trat Jamie um den Wagen herum zu Zack und deutete auf seine Beanie. Süß? Zack grinste und zupfte an der Mütze. Hey, ich hab mit Süß kein Problem. Ganz im Gegenteil. Er gab ihm einen Kuss und holte dann ihre Reisetasche und Jamies Krücken von der Rückbank. Mit oder ohne? Jamie wandte sich um und schätzte kurz die Strecke ab. Ohne. Bis zum Haus schaffe ich es. Okay. Zack schnallte die Krücken auf der Tasche fest und schlang sich den Trageriemen über die Schulter. Können wir los? Fragte Will übers Autodach hinweg. Habt ihr alles? Zack nahm Jamies Hand. Jetzt ja. Glücklich schmiegte Jamie sich kurz an ihn und gemeinsam ging sie auf das alte Bahnhofsgebäude zu. Gemma lächelte, als sie die beiden zusammen sah. Es tat unheimlich gut, Jamie so unbeschwert und fröhlich zu sehen. Sie hatte keine Ahnung, ob der herannahende Jahreswechsel sie so sentimental machte, aber wenn sie daran zurückdachte, dass ihr Bruder vor einem Jahr noch im Rollstuhl gesessen hatte und jetzt kürzere Strecken ohne Krücken gehen konnte, machte sie das unglaublich froh und dankbar. Und sie war unfassbar stolz auf ihn. Sie wusste, wie anstrengend es für ihn war, sich seine Beweglichkeit zurückzuerkämpfen und wie oft er dabei mit Muskelschmerzen und Ungeduld zweifeln und Frust ringen musste. Trotzdem hatte er sich nie unterkriegen lassen und ihr war klar, wie viel es ihm bedeutete, jetzt Hand in Hand mit Zack laufen zu können, selbst wenn er längere Strecken noch nicht durchhielt. Noch wurden Rücken und Beine schnell müde und er brauchte eine Schiene, um seinem linken Bein Halt zu geben. Aber es war ein fantastischer Anfang. Genauso fantastisch wie die ersten Schritte, die er vor zwei Jahren an Krücken geschafft hatte. Wer wusste also, was er noch alles hinkriegen würde? Sie merkte, dass Will sie beobachtete. Was? Lächelnd strich er ihr eine lose Haarsträhne hinters Ohr und gab ihr einen Kuss. Du siehst wunderschön aus, wenn du glücklich bist, flüsterte er und genoss das herrliche Kribbeln, als sie ihre Arme um seinen Nacken schlang und ihre Zunge kurz mit seiner spielte. Und ich hab dich wahnsinnig lieb, wenn du solche Sachen sagst, flüsterte sie zurück und lehnte ihre Stirn an seine. Nur dann? fragte er grinsend. Sie versuchte, ihm in die Seite zu zwicken, doch seine dicke Winterjacke war ein äußerst effektiver Schutzschild. Findest du mich nur hübsch, wenn ich glücklich bin? Er lachte und gab ihr noch einen Kuss. Nein, aber dann ganz besonders. Hey! Ned hatte sich zu ihnen umgedreht. Ich weiß ja, dass wir in den nächsten drei Tagen vermutlich nicht viel Zeit für innige Romantik haben werden, aber wir sollten jetzt trotzdem zusehen, dass wir zur Anmeldung kommen. Will schickte seinem Bruder einen ungnädigen Blick. Wer ist denn heute Morgen nicht aus dem Quark gekommen? Charlie zog sich Neds Arm um die Schultern und warf Will einen frechen Blick zu. Willst du wissen, warum? Will verzog das Gesicht, schnappte sich Jemmas Hand und sie schlossen zu den anderen auf. Nein, bloß nicht. Schade? Charlie grinste. Wäre definitiv erzählenswert. Kopfkino! Stöhnten Zack und Jamie gleichzeitig, doch bevor Charlie etwas erwidern konnte, hörten sie einen Wagen über den Schotterweg preschen. Mit viel zu hoher Geschwindigkeit peitschte der Fahrer einen protzigen Jeep durch die Kurve auf den Parkplatz und wirbelte trotz Frost, Staub und Kies auf. Mit heulendem Motor drehte er eine Runde, bevor er sein Fahrzeug mit einer Vollbremsung in eine Parklücke schlingern ließ. Mit hochgezogener Augenbraue wandte Charlie sich ab. Wow! Vorsicht vor der geballten Testosteronladung auf Stellplatz 87, da hat's einer nötig. Die sechs stiegen die Stufen zum Bahnhof hinauf und traten durch einen Rundbogen ins Innere des Gebäudes. Obwohl der Bahnhof nur eine Kulisse war und keine echten Züge von hier abfuhren, hatte man sich Mühe gegeben, mit viel Liebe zum Detail alles möglichst authentisch aussehen zu lassen. Es gab eine elektronische Anzeigetafel mit Ankunfts- und Abfahrtzeiten, Werbeplakate und Infoposter, Wartebänke mit Mülleimern und eine alte Bahnhofsuhr mit zwei dazu passenden Laternen. An der hinteren Wand, direkt gegenüber dem Eingang, hing ein Schild, das nach links in einen Gang zu den Zügen wies. Das leicht verwahrloste Flair, das das Gebäude von außen ausstrahlte, hatte man auch in seinem Inneren perfekt getroffen. Die Bodenfliesen waren ausgetreten und rissig, die Poster und Plakate vergilbt und halb abgerissen. Die abgenutzten Wartebänke wirkten wenig einladend, die Bahnhofsuhr hatte einen dicken Sprung im Glas des Ziffernblatts und die Glühbirnen in den beiden Laternen sirreten und flackerten, als stünden sie kurz vor dem Burnout. Den einzigen Stilbruch in diesem heruntergekommenen Ambiente stellten die Fahrkartenschalter dar. Wäre die Yonderwood Railway Station echt gewesen, hätte man sie mit Sicherheit längst geschlossen und mit Gittern oder Brettern verbarrikadiert. Tatsächlich waren aber alle vier Schalter geöffnet und Angestellte in Bahnuniform blickten den Ankömmlingen freundlich entgegen. Denkt ihr, wir müssen jetzt schon unsere Rollen spielen? fragte Gemma leise. Finden wir es heraus. Zielstrebig steuerte Charlie einen der Schalter an, hinter dem ein dunkelhaariges Mädchen saß, das nicht viel älter war als sie. Hi, du siehst so aus, als könntest du uns weiterhelfen. Das Mädchen lachte. Na, das hoffe ich doch. Beastie Enterprise heißt euch herzlich willkommen zum Yonderwood Adventure im weltweit ersten Cyber-Entertainment-Park. Mein Name ist Melissa und ich werde das Einchecken mit euch durchgehen. Sie tippte etwas in ihren Computer ein und lächelte dann wieder freundlich in die Runde. Ihr seid die Tough Cookies? Ja, antwortete Zach. Kannst du hell sehen? Grinsend schüttelte Melissa den Kopf. Nein, für diese Spielrunde fehlt nur noch eine Sechsergruppe und ich habe eure Fotos und IDs hier im PC. Mit Hellsehen hat das Ganze also nichts zu tun. Sie deutete auf ein Gepäckband neben ihrem Schalterhäuschen. Stellt bitte einzeln eure Taschen auf das Band. Wir müssen sie scannen. Danach bekommt ihr sie nebenan zurück. Es ist nicht erlaubt, Schweißen und Gepäck... Das ist nicht erlaubt, Schweißen und Gepäckband.